Im folgenden Video sehen Sie Photovoltaikanlagen, die so nicht aussehen dürfen. Hier ist der Ertragsverlust vorprogrammiert. Im Video sehen Sie nur einen Teil der Anlagen, die wir professionell gereinigt haben. Der Großteil unserer Kunden lassen ihre Photovoltaikanlagen mittlerweile jährlich bei uns reinigen. Denn nur saubere Photovoltaikanlagen bringen dauerhaft ihre Top-Erträge. www.solarreinigung-gallai.de Ihre Profis in Sachen Photovoltaikreinigung Hier sehen Sie eine Photovoltaikanlage, die voll mit Flechten ist. Auch hier sehr gut zu erkennen, der Vorher- und Nachher-Effekt. Vielen Dank. www.solarreinigung-gallai.de Ihr Partner in Sachen Photovoltaikanlage Sie erreichen uns montags bis freitags in der Zeit von 7. Uhr bis 19 Uhr unter 04633 968 7945 Hahaha Ich habe nasucht die